Musik Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und super leichten Sonntags-Platin von Break to Scamming Arcade. Wir spielen wieder Basketball, diesmal mit der Challenge Mode Edition. Kostet wie immer 99 Cent für PS4 nur, keine PS5-Version und hauen das Ding sofort an. Leider wieder nur 12 Trophäen, Leute. Wir können direkt hier loslegen, so sieht das Ganze aus, wir hatten schon mal Basketball gespielt. Ziel ist es jetzt halt einfach hier Körbe zu werfen, wie das bei Basketball nun mal so ist. Und insgesamt müssen wir 22 Punkte bekommen. Die Punktzahl sehe ich da oben. Links im Eck. Jetzt habt ihr gesehen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Der Ball war jetzt eigentlich nicht durchgefallen. Trotzdem habe ich dafür 2 Punkte bekommen, Leute. Das ist schon mal sehr nice. Also großartig Challenge Mode ist es meiner Meinung nach jetzt nicht. Wir dürfen halt nur nicht zu viele Bälle hier vertändeln, sag ich mal. Wie es der Kommentator von FIFA immer so schön sagt. Ah, den hat er vertändelt. Also ich habe eben schon mal kurz angetestet. Da sind wir auch, der ein oder andere Ball ist mir eigentlich nur auf die Dings. Zack. Auf die Kante. Und trotzdem, Harz, habe ich 2 Punkte bekommen dafür. So, jetzt haben wir hier schon 20 Points. Da sind die letzten 22. Ich habe sogar noch ein Ball übrig, Leute. Easy peasy, lemon squeezy, 100%. Da ist schon die begehrte Platin. Also, ja Leute. Das war jetzt, ja, 1 bis 2 Minuten Platin. Also wirklich, ja, gönnt euch das Teil. Gut, dann war es das auch schon wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren. Und wenn das noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren. Damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und Servus. 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 Servus.